Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, einen guten Start in den Samstagmorgen. Momentan traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal eine kleine Abwärtsreaktion gesehen. Das war aber im Endeffekt eingeplant für alle, die dieses Video am Morgen gesehen haben. Die 16.400 US-Dollar haben erst einmal gehalten. Frage ist jetzt nur, können wir jetzt auch im Endeffekt hier die 16.700 US-Dollar erst einmal verteidigen? Momentan sieht es nicht so stark aus, aber auf was wir im Endeffekt jetzt am Wochenende achten müssen, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Und noch kleine Ankündigungen. Heute, ich denke Mittagnachmittag, kommt noch das Video bei XRP Deutschland. Also da auf jeden Fall vorbeischauen. Das schicke ich euch dann später noch auf jeden Fall in die Gruppe. Und später kommt noch der Wochenausblick bei mir. Und morgen gibt es noch eine Erklärung zu den Vektor-Candles. Also darauf könnt ihr euch freuen. Alles schon vorproduziert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, 16.700 US-Dollar. Wir haben ein CME-Gap bei, ich glaube, 17.050 US-Dollar müsste man in die Telegram-Gruppe schicken. Oder beziehungsweise gucken. Link unten in der Videobeschreibung. Ronny hat es angepinnt. Ja, wie gesagt, mal ganz kurz Blick auf die Vektor-Candles, um die mal ganz kurz einzubilden. Ihr könnt euch daran erinnern. Gestern ans Video haben wir darüber geredet. Okay, die 16.400, 16.300 ist der erste Anlaufpunkt. Genau dort haben wir uns erstmal eine kleine Reaktion geholt. Plus das Golden Pocket war da auch noch. Das zeichne ich euch jetzt gleich nochmal dazu ein, damit ihr das im Endeffekt auch nochmal seht. Von unserem Tiefpunkt zu unserem Höchstpunkt. Kurzes Golden Pocket unterschritten. Kein Problem. Im Endeffekt die Stop-Losses wieder rausgefischt. Und dann kam die Reaktion nach oben. Und jetzt momentan kämpfen wir ein bisschen mit diesem Downtrend, den wir jetzt aber auch schon ein paar Mal getestet haben. Also theoretisch sollten wir jetzt, wenn genug Stärke im Markt ist, im Endeffekt diesen ersten Mal nach oben hindurch brechen. Ziel ist weiterhin die bullische Variante. Im Endeffekt von 18.600 bis ungefähr 18.800. Wird sich dann zeigen. Ein kurzer Dip, sage ich mal, in die Region hier um 16.300 US-Dollar ist nochmal möglich. Weil wir die Demandzone nicht genau bisher angetestet haben. Das hat mich ein bisschen gestört. Also ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier nochmal in den Bereich der 16.270 genau reinkommen. Weil minimal der Vektor auf dem 1-Stunden-Chart nicht abgeholt wurde. Also so ganz, ganz minimal. Kann natürlich jetzt auch an der Börse liegen. Muss man ein bisschen vergleichen. Aber ansonsten erst einmal schöne Reaktion. Wie gesagt, der Downtrend muss jetzt erstmal durchbrochen werden. Und dann das erste Ziel, die 18.000 US-Dollar. Ein Stunden-Close. Besser wäre natürlich ein 4-Stunden-Close. Darüber wäre das wünschenswerteste Szenario im Endeffekt. Da dann rüber. Und dann können wir auch im Endeffekt die 18.800 US-Dollar angreifen. Ansonsten haben sich die Märkte jetzt mal deutlich, deutlich beruhigt. Was man aber auch dazu sagen muss. Die XY nochmal deutlicher gefallen. Also da haben wir auch nochmal gestern ja drüber gesprochen. Dass wir hier noch eine interessante Zone haben. Hier in diesem Bereich. Die wurde jetzt im Endeffekt noch getroffen. Wir haben uns hier nochmal in dieser kleinen 1-Stunden-Dollar. In dieser kleinen Daily-Demand-Zone nochmal Support gesichert. Aber momentan fällt der DXY bis zum Gehtnichtmehr. Wird jetzt interessant zu sehen sein, wo jetzt der wirklich erste Support reinkommt. Wir werden uns das später nochmal im Wochenausblick angucken. Aber momentan ist es DXY fällt, Bitcoin fällt. Die Korrelation, muss man schon ein bisschen ehrlicherweise sagen, nimmt etwas ab momentan. Ob das positiv ist für die nächste Woche, wird sich zeigen. Aber wir haben gesehen, Dow Jones extrem nach oben gepusht. Bitcoin deutlich gefallen, DXY gefallen. Vielleicht sehen wir hier im Rahmen der nächsten Woche erst einmal eine leichte Korrelationsabweichung. Im Gegensatz zu sonst. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ansonsten für den heutigen Tag, wie gesagt, einfach mal noch den Bereich um 16.130 bis 16.270 im Auge behalten. Bricht die Zone, werden wir sehr wahrscheinlich nochmal ein Lower Low sehen. Ansonsten den Downtrend, brechen wir den nach oben mit einem schönen Close. Drüber ist das Ziel erst einmal 18 und dann die 18.800 US-Dollar für den heutigen Tag. Dann Ethereum. Im Endeffekt relativ gleiches Spiel. Die Korrelation hier wieder fast 1 zu 1. Nur habe ich hier schon mal das kleine Golden Pocket. Da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Unsere Range hier im Endeffekt plus der Bereich um 1.180 wurde nicht abgeholt. Wir sind nur bis ungefähr 1.196 US-Dollar gekommen. Auch hier Vektor minimal bisher verfehlt. Wir haben aber auch bisher keine neuen Vektoren gebildet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wünschenswerterweise wäre eigentlich gewesen, wir holen uns hier im Endeffekt das Golden Pocket und können von hier aus dann im Endeffekt die Reisen nach oben hin fortsetzen. Wäre einfach das Wunschszenario gewesen. Aber gut, schauen wir mal, ob das noch zustande kommt. Ziel weiterhin in der Bereiche um 1.400 bis ungefähr 1.425. Warum? 200er SMA liegt hier oben auch noch in der Region. Also das ist für mich eher dann so ein klares, klares Short-Signal, wenn wir hier hochkommen sollten. 200er SMA könnte sich da noch ein bisschen anpassen, so nach unten. Also das Golden Pocket hier oben behalte ich auf jeden Fall im Auge für einen potenziellen Short-Entry. Hoffentlich nicht am Wochenende. Ihr wisst, am Wochenende trade ich eigentlich umgehe. Aber das wäre so die erste Chance, um einen Short-Entry hier wieder zu suchen. Long halte ich mich hier momentan noch zurück aufgrund des sinkenden Volumens. Aufgrund der ersten Gegenreaktion werden wir jetzt einfach mal schauen, wie sich im Endeffekt jetzt der Markt verhält. Aber ansonsten relativ ruhig bisher. Dann XRP. Gestern darüber gesprochen, der Bereich um 0.40. Sehr, sehr interessant. Auch hier sind wir leider nicht drüber gekommen. Habe ich ja gesagt, der Daily Close wird hier verdammt interessant werden. Wir sind nicht mal mit einem 4-Stunden-Close darüber gekommen. Wir sind weiterhin in dieser Box. Haben jetzt so den ersten kleineren Abverkauf wieder gesehen. Aber nicht so stark wie bei Bitcoin und bei Ethereum, muss man auch dazu sagen. Weil wir sind hier gerade mal, oder nicht mal, ans 0.5er Fibonacci Retracement Level gekommen. Und da wäre natürlich auch das erste Ziel auf jeden Fall das Golden Pocket. Wir schauen jetzt auch mal hier ganz kurz. Mit den Vector-Candles, 1-Stunden-Chart. Haben wir zwar auch drüber gesprochen, habe ich aber auch dazu gesagt. Ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant. Wurde aber auch hier fast genau abgeholt. Wir haben hier noch etwas Luft bis ungefähr, was haben wir hier genau, 0.36 Dollar Cent. Das ist so momentan das Schwierige. Also ich habe es gerade bei Bitcoin gesagt. Ich habe es bei Ethereum gesagt. Wir haben den Vector im Endeffekt noch nicht richtig gefüllt. Auf dem 15-Minuten-Chart, ja. Klar, auch mit Konfirmation einer blauen Vector-Candle. Kommt alles morgen in der Erklärung, nur mal so zur Erinnerung. Aber so ganz wurde es noch nicht abgeholt. Das heißt, die Chance, dass wir nochmal so einen kleinen Push einfach nach unten kriegen, so wie bei Bitcoin, ist auf jeden Fall noch da. Aber dann eben mit dieser Gegenreaktion, die wir auf jeden Fall nach oben hin erwarten können. Also so mies dürfen wir jetzt das Bild im Endeffekt auch nicht malen. Es sieht klar nach diesem Pump wieder. Kleine Korrektur nach unten ist absolut im Rahmen. Und dann müssen wir mal im Endeffekt weiterschauen. Dann Chainlink. Einer der Coins, den es dann noch ein bisschen tiefer erwischt hat. Schauen wir uns auch mal ganz hier kurz an, wie im Endeffekt das FIP-Level verlaufen ist. Hier sieht es nämlich schon ein bisschen deutlicher aus. Und zwar sind wir hier auch ins Golden Pocket gekommen. So wie bei Bitcoin. Klar, kurz drunter gefallen. Aber auch hier hat im Endeffekt diese grüne Support-Box nochmal gehalten, die schon mal Support war. Die können wir jetzt somit erst einmal wegmachen. Aber auch hier schöne Gegenreaktion. Erst einmal Volumen. Klar, kann man im Endeffekt mal da hinwischen. Ist jetzt nicht sonderlich gewesen, aber gut. Kleiner Blick auch hier. Kurz die Vector Candles anmachen. Sehen wir, okay, wurde gefüllt. Perfekt. Also hier haben wir erstmal ein bisschen safer. Und hier überlege ich sogar noch, ob ich sogar noch in eine kleine Long jetzt demnächst reingehe. Ich sehe Chainlink sowieso deutlich, deutlich stärker als momentan den Gesamtmarkt. Wir sind auch hier in diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone reingekommen. Also sehr, sehr gutes Zeichen bisher. Muss ich mal gucken, wie sich die Märkte entwickeln. Sollten wir nochmal so einen kleinen Push nach unten kriegen bei Bitcoin, werde ich hier wahrscheinlich später noch ein Setup in die Gruppe posten. Schauen wir uns das dann auf jeden Fall an. Aber gefällt mir momentan vom charttechnischen Bild sogar ziemlich am besten. Gut. Dann die XY. Momentan ziemlich im Hype. Habe ich jetzt auch schon in der Gruppe gelesen. Wer es mitbekommen hat. Ich habe auch mit Ricky schon immer hin und her geschrieben. Oh ja, ich müsste in die XY. Ich habe den Dump dann wirklich endlich mal genutzt. Dezentrale Börse. Es werden momentan sehr, sehr viele YouTuber auch im Endeffekt angefragt. Ja, dass hier Werbung gemacht wird. Ich noch nicht. Aber das kriegt man halt so im Endeffekt mit. Und ich sehe die XY, die X im Endeffekt als, ja, es ist eine dezentrale Börse. Und es könnte jetzt durch diesen ganzen Fad, der jetzt im Endeffekt da draußen immer noch rumschwirrt, in den nächsten Monaten deutlich explodieren. Wir haben hier an sich noch einen Low Cap. Ich glaube mit 100 Millionen Market Cap. Da unten waren wir dann nur noch bei 50, 60 ungefähr. Also das war so im Endeffekt der Entry hier in diesem Bereich der 1,40, wo ich dann mal wieder genutzt habe. Ich glaube, ich habe es auch schon sehr oft in den Altcoin-Videos gesagt. Gefällt mir auch an sich vom Chartbild her relativ gut. Aber auch hier gilt natürlich, wir haben kein Lower Low erst einmal gemacht. Ein gutes Zeichen. Der Abtrend hält. Und natürlich das Volumen ist natürlich elendig krass. Hat aber damit zu tun, jeder versucht jetzt irgendwie sein Geld entweder auf Hardware-Wallets zu tun oder im Endeffekt auf so dezentrale Börsen. Also müssen wir mal gucken, den behalten wir auf jeden Fall jetzt im nächsten Blick. Wichtig hier trotzdem, dass wir uns im Endeffekt hier oben diesen Bereich im Endeffekt dann früher oder später mal bei ungefähr 2,70 rausnehmen. Damit wir hier auch im Endeffekt diesen Downtrend rausnehmen. Aber an sich, Abtrend von unten her, riesige Range, die hält momentan noch aber 2,70. Das ist der Bereich, den wir auf jeden Fall längerfristig im Auge behalten sollten. Und dann können wir im Endeffekt auch mit einem schöneren Breakout nach oben hin rechnen. Gut, dann ganz kurz die News, die ich natürlich noch nicht aktualisiert habe, weil das ist früher Morgen, kennt ihr mich ja. Ähm, was schauen wir mal an? Ja, Kryptomarkt im Aufwärtstrend, doch warum? Ja, im Endeffekt lässt sich es einfach erklären. Klar, wir hatten jetzt im Endeffekt den ganzen FUD, wir hatten den FTX-Scheiß und so. Ist es jetzt alles in den Markt eingepreist, ist es pleite? Auch wenn immer noch ein bisschen FUD so rumschwirrt, die Gegenreaktion ist einfach da. Das ist einfach diese kleine Relief-Rallye. Die Frage ist, wie lange wird sich jetzt im Endeffekt diese Relief-Rallye erst einmal halten? Momentan sieht es zumindest ganz gut aus. Klar, ein bisschen runter könnte es nochmal gehen. Aber solange jetzt kein neuer FUD oder sowas kommt. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, umso weniger auf Exchanges ist, desto weniger wird natürlich verkauft. Und so weniger Mangelware haben natürlich auch die Börsen, dass es irgendwann vielleicht mal heißen könnte, oh, wir haben keine BTC mehr und so, können natürlich längerfristig den Preis pushen. Muss man natürlich auch mal drüber nachdenken. Trotzdem, wir haben noch den ganzen Miner-FUD, der im Endeffekt auch noch nach draußen rumwischt. Klar, die Miner sind momentan unprofitabel. Aber gut, schauen wir uns vielleicht alles nach und nach dann einfach mal an. Wie gesagt, heute Nachmittag irgendwann bei XRP Deutschland. Dann kommt noch der Wochenausblick. Freue ich mich drauf. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Wir hören uns dann in der Telegram-Gruppe. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören uns dann später zum Wochenausblick wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Bye, bye.